Was ist eine typische Passage, die Sie gerne nutzen, um das zu lernen? Ja, es steht in Matthäus Kapitel 7, Abvers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen Geweih sagt, in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wundertaten vollbracht und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weischt von mir, ihr Gesetzlosen. Und viele Leute, die an Lordship Salvation glauben, zitieren diese Vers und sagen, oh, guck mal, du sollst auch den Willen, den Vater tun. Aber eigentlich, wenn man den Kontext lesen, dass eigentlich die Leute, die an Lordship Salvation glauben, sie sagen, Herr, Herr. Das sind die Herr-Her-Sager, die Lordship Salvation-Leute. Okay, warum sagen wir jetzt sowas? Ganz einfach, sie sagen, Herr, Herr. Okay, also sie erkennen Jesus als den Herrn an. Sie erkennen die Autorität Christi an. Kann man so sagen, oder? Okay, und tun sie auch tatsächlich die Werke? Ist Jesus tatsächlich ihr Herr? Da steht, haben wir nicht in deinem Namen Geweih sagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Okay, also hatten sie die Werke? Ja, sie hatten die Werke. Aber sind die Werke der Wille des Vaters? Ich meine, weil man könnte denken, wenn man das falsch versteht, okay, der Wille des Vaters, ja, das ist dann irgendwie, dass man gute Werke tut und so. Aber sie haben ja die Werke getan. Das war also nicht der Wille des Vaters. Sie kommen nicht in den Himmel. Was ist der Wille des Vaters im Kontext der Erlösung? Und zwar sagt Jesus, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Was ist also der Wille des Vaters im Kontext der Erlösung? Das ist Glaube an Jesus Christus. Einfach Glaube. Okay, haben diese Leute geglaubt? Und sie haben an Jesus als ihren Herrn geglaubt, aber nicht an Jesus als ihren Retter geglaubt. Sie haben nicht wirklich ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt, sondern, was sagen sie? Sie sagen nicht, Herr, wir haben an dich geglaubt. Nee, nee, sie sagen, haben wir nicht all diese tollen Taten getan? Haben wir nicht dies und das gemacht? Und dann sagt Jesus zu ihnen, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Und die Bibel sagt, dass Gott sie nie gekannt hat. Das heißt, sie waren nie gerettet. Sie haben nie an Jesus geglaubt. Sie haben sich vertraut, an ihre guten Werke vertraut, als Eintritt in den Himmel. Ja, sie haben auf sich selbst vertraut, auf ihre Werke, genau. Und, okay, warum sagt er ihr Gesetzlosen? Ich meine, sie haben doch die Werke getan. Warum sagt er ihr Gesetzlosen? Weil man nicht gerecht wird durch das Halten der Gebote, dadurch, dass man gute Werke vollbringt. Und es gibt ein Vers, Jakobus 2, Vers 10, da heißt es, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Also das Ding ist, du könntest hypothetisch dein ganzes Leben nicht sündigen, dann lügst du ein einziges Mal, dann bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden, dann bist du gesetzlos geworden. Gott wird nicht sagen, du bist gut genug, jetzt kommst du in den Himmel hinein, sondern du hast schon mindestens einmal gesündigt. Damit ist es für Gott so, als hättest du das ganze Gesetz übertreten. Einmal das Gesetz zu übertreten, macht dich zu einem Gesetzlosen. Einmal jemanden umzubringen, macht dich zu einem Mörder. Einmal zu lügen, macht dich zu einem Lügner. Nicht so schwer zu verstehen. Und sie sind gesetzlos, warum? Weil sie natürlich gesündigt haben. Weil sie natürlich gesündigt haben.